Für die Moll-Gruppe war es ganz klar, dass wir uns in diesem Jahr beim Internet Sales Award bewerben werden. Zum einen möchten wir uns mit den anderen Bewerbern messen, wir möchten gucken, wo wir stehen. Zum anderen möchten wir natürlich auch der Branche zeigen, dass das der richtige Weg der Kundenkommunikation ist.